hallo leute herzlich willkommen zu einer weiteren runde dead boy daylight mit den gewohnten beiden herren leider heute ohne pc game test station aber da trocken auch so das nächste mal bist wieder mit dabei kollege das nächste mal aber jetzt zu den beiden herren edel hellfire seite soweit ich muss noch die finger knacken knacken und das war zu stark au 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 quatsch quatsch alles klar alles gleich wieder ich spiel ich spiel ich spiel ich spiel heute mal wieder mit maus und tastatur heute die ich mal nicht mal wieder das nennst du entschieden mit dem controller ja ich war viel stärker seit ich den controller gebraucht habe aber ich verlasse mich jetzt auf die beiden herren die werden mich bestimmt retten und so und was vertrauen was vertrauen wir machen überlebe mit freunden wir spielen mal nicht gegeneinander sondern mit einander 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 nein ich bin bereit ich bin bereit ich bin bereit und noch mal was was stimmt mit euch nicht jungs habt ihr noch alle alter echt jetzt ja kommt wenn es ist klick freudig sein ihr seid auch zwei kleine klick biet searching for games searching for games kein spiel gefunden ist ja super hat jeder von euch die aktualisierung gemacht ja das war bei kronk und so auch so was ihr guckt kronk und so ja ich liebe und so echt jetzt und die spielen auch dead by daylight erstaunlich nicht wahr habe ich noch nie gesehen wer ist dieser kronk von dem ihr da redet apropos müssen wir ihm was zahlen wenn wir seinen namen erwähnen er muss uns zahlen dass wir ihn erwähnt haben kronk für den fall dass du irgendwann mal dieses video siehst das hat enel gesagt ja ich bin ganz treue fan von dir enel hat das gesagt reiß ihm denn hier hintern auf ja ich bin eindeutig nemesis klar er sieht mich ich habe eine facecam du nicht alter wer hat nicht gedrückt werde ich gedrückt der enel hat nicht gedrückt searching for games keine spiele gefunden das kann sich ein bisschen ziehen hier ich kann hier eigentlich schon mal hier untergrund versteht spaß ich will es für dich hoffen auch als deutschland größter youtuber wird er keine zeit haben nun bei uns kleinen leuten beizuschauen da gebe ich dir nur zum teil recht ich meine er hat auch schon hier twitcherianer überrascht ja aber da geht der absicht dahinter klein verstehst du ja ich verstehe dass er sucht absichtlich ganz kleine und überrascht sie bei youtube ist das etwas anderes ich habe ja schon lange gedrückt ich weiß nicht was du hast letztere versuch vielleicht machen wir auch irgendwas falsch vielleicht doch nein das wird nix warte so lange hat er warte warte ja auf was soll ich warten ich sagte das wird nix soll ich dann wieder der mörder sein ja hoffentlich blamier ich mich jetzt nicht so oder wir gehen nochmal neu rein vielleicht war es ja nur ein ladefehler ich lade euch nochmal ein ja zurück zu spiel machen wir ja sind ja erst sechs minuten die wir hier verplempert haben von dem her ja schön halt bb nope das wird nichts das wird ja nichts kann es sein dass niemand das spiel spielt ne ich glaube ich nicht ne ich glaube zu viele spielen ach oha der alter hat die der alter hat die lobby einfach aufgelöst ach oha oha also dann lass uns ein Mr. Mörder bin schon dabei Schätzelein was hast du gerade gesagt hm was ich habe gerade ich habe nicht zugehört war da was gut gut komm 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 wollt ihr nicht starten oder wie doch einen kleinen moment bitte der alter ist wieder eilig hier oh wo ist denn der Gärtner Der will wahrscheinlich in meinem Garten rumwuseln. Hey, wer hat das gesagt? Oh, ich habe die Kamera noch auf schwarz-weiß. Wenn es jemanden von euch stört, schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten lasse ich es so. Oh, hier, ich bin bei dem Generator. Ich mache direkt den Generator hier, okay? Ja, mach was. Oh, total ungewohnt. Gib dein Besses. Ich werde es versuchen. Gib dein Bestes. Hey. Damit du verlierst. Ja. Oh, der Geist. Ja. Der Geist der verlorenen Weihnacht. Kleine Pisser. Okay, ich glaube, das wird nichts. Warum? Ja. Ich finde euch nichts. Loser. That was she said. So gut. Nemesis, wo bist du? Keine Ahnung, wo seid ihr? Ihr und du? Ich bin nicht hier. Ja, nein, ja, vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Äh, ja, nein, ja, vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Ich gebe mir muh, keine Mühe. Ja, ich hau ab. Hau ab. Und weg sind sie. Und weg sind sie. Es ist doch zum Läuse melken hier. Oh, hallo. Erwisch. Verdammt. Verdammt. Der Alte hat es drauf. Hallo? Hallo? Ah, äh, hier. Ah, jetzt. Ich darf dich nicht angucken zum Aufheben. Oh, hiya, hua, hi, hi, hu, ha, hi, oh, hu, harakiri. Nein. Äh, doch. Hellfire. Ja. Guck, guck. Vollgas. Bitte weg. Ist weg. Ja, ist weg. Lauf, deine Warte, lauf. Hast du echt gedacht, ich sehe dich da hinten nicht? Äh, ich kann mich nicht bewegen. Ah, okay. Dann hast du denselben Bug, wie ich hatte. Ja. Ich kann dich nämlich auch nicht aufheben. Aber, ich kann. Ah ja, sehr schön. Ich mache mich auf den Staub. Ich mag euch nicht mehr. Ich verpiss mich. Weck dich. Wie bitte? Wie war das? Ich gehe in den Schrank. Ich gehe in den Schrank heulen. Die mögen mich nicht. Oh, eine Kiste. Kann ich da? Kann ich hier? Hallo? Hör auf, um meinen Chronivellen rumzuspielen. Ja. Das ist ein Insider, der, 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 der findet nur ich lustig. Oh. Hellfire, nein. Kannst du, kannst du, kannst du, kannst du nach vorne krabbeln? Nee, ich kann mich auch gerne krabbeln. Kannst du dich drehen? Mach mal eine Rolle rückwärts. Ja, das geht. Hallo? Ach, verdammt. Ja, du hast denselben Bug, den ich hatte. Du stecktest hinter dem Haken in der Säule fest. Ja. Das ist nur, weil Hellfire dich so scheiße befreit hat. Ja. Hellfire, Böse. Okay, bekommt er keine Punkte für dich. Schau so. Ja, aber es dauert ewig, bis er... Ja. Ja, musst du halt nicht krabbeln. Dann verblutest du schneller. Was? Das ist ein Gerücht. Ein Gerücht. Was für ein Gericht? Hat es da Käse drin? Das ist mittags Gerät. Ich mag Käse. Du kannst auch nicht rückwärts krabbeln. Du kannst gar nichts, ja? Nee. Finde die Luke. Soll ich dir die Luke suchen? Ja. Das ist jetzt aber richtig scheiße. Enel, gibst du... Was hast du mit Absicht gemacht? Du verblämperst hier meine Folge. Hola. Hola? Hola, Chica, oder hola, die Waldfee? Voller Absicht. Ach so. Ja. Das ist doch Völlerei. Jo, Enel macht Breakdance hier. Ach cool, ich will auch gucken. Wo ist er? Wo ist er? Enel! Voll der Kraster moves, Mann. Jo. Falsch. Äh. Edel? Boah, jetzt finde ich dich nicht mehr. Moment mal. Hier, äh. Äh. Boah, ich habe total die Orientierung verloren jetzt. Zum Glück steht Edel jetzt nicht auf. Äh. Äh. Hier, nein. Ich habe die Luke. Ich habe die Luke. Ich hau ab. Ich beende die Folge. Ich habe die Luke. Ich. Hau. Ab. Wer hat gewonnen? Wer hat gewonnen? Oh, ich habe gewonnen. Nö, du nicht. Nein. Ein paar Punkte habe ich doch. Nein. Ein paar Punkte habe ich doch. Nein. Nein. Warte, Glück. Glück. Ja. Nur weil ich hinter der Mauer gespawnt bin. Genau. Ich habe euch vorhin gewarnt. Quält mich nicht. Ich hack euren Computer. Das habt ihr jetzt davon. Oh nein, halt. Nicht bereit. Nicht bereit. Nicht bereit. Ausstattung. Ausstattung. Nein, halt. Zu spät. Na, dann reiße ich euch halt als Geist eure allerwertesten vier Buchstaben auf fünf Buchstaben. Je nachdem. Arsch. Popo. Vier Buchstaben. Au. Arsch. Fünf Buchstaben. Ja, ja. Arsch. Sag mal, warst du auch mal in der Schule? Ja. Oder hattest du einen Fensterplatz? Ja, ja. Nicht jeder kommt auf Popo. Aber Popo. Aber dass du nicht darauf kommst, verstehe ich nicht ganz, du kleiner Popoloch-Pirat. Ich. Ja. Ja. Ja, ich bin schon fast tot. Das ist Moiterei. Ah, nein. Komm hier nicht weg. Wo ist der Haken? Wo ist der Haken? Oh, da ist der Haken. Hör auf zu. Wiggeln. Ich. 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 Ich muss. Ich. Ich. Lauf hier rum, als wäre ich betrunken. Hier. Das hast du jetzt davon. Oh. Was? 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 Ich habe mich selbst befreit. Dann denkt er, ich bin eher in der Nähe. Nein, nein, ist mir schon klar, dass du nicht in der Nähe bist. Aber dieser Hellfeier hat Glück wie so ein kleines Spanferkel. Klatsch! Der macht den selben Trick. So, aber seid ihr beide bescheuert oder wie sieht's aus? Warum? Ihr habt beide dasselbe gemacht. Ihr müsst weg von mir, nicht zu mir. Ja, ja, alles klar. Ich wusste es. Er kommt, er kommt. Er kommt, er kommt. So. Ah. Oh. Hi. Hi. Alter, die Flassenstelle. Verdammt. 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 Was hast du noch nicht? Ja eben, die ist ja gar nicht da. Wie soll ich in Freiheit? Alter. Jetzt wollte ich schon sagen, hier. Hallo? Genau, genau. Ja, ist schön. Ah, hier hast du dich verkrochen. Jetzt wollte ich schon sagen. Hallo? Das gibt's doch nicht. Oh, falsch. Schnell. Noch ein Stück, noch ein Stück. Du schaffst es. Du schaffst es. Gleich. Schneller. Mit mehr Elan, bitte. Und weg. Du musst nur noch zwei Generatoren machen. Guck, guck. Jetzt erst mal hier. So. Hellfire, komm. Komm, putt, putt, putt. So, hier, komm. Ja. Mach mir aber nicht auf die Schulter. Das mag ich nicht. Oh, oh, oh. Das hat mich beinahe erwischt. Das hat mich beinahe erwischt. Wuh. Okay. Jo. Tja. Da. Ohne Worte. Da kann ich gar nichts viel zu sagen. Das ist... Ohne Worte. Mhm. Also, warte geht's. Bin schon dabei. Oh. 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 Ich... Ohne Worte. Nein, musst du nicht. Ich dachte... Nein, nein. Nicht schon wieder. Verdammt. Nein, nein. Kacke. Ich verge... Ah. Himmelarsch und Zwehr noch mal. Ich vergesse das jedes Mal. Oh. noch mal gott piep und piepfeier jetzt habe ich gar nichts verstanden helfer verstehst verstehst du ihn gut ja gesagt diesmal macht er nicht so nein also bei mir leckt gott edel direkt rum das ist also hier sprach guck mich nicht so an ja ich habe was rascheln gehört was rascheln wenn der fahrer lang ist gleich raschelt sind blätterwalder alter aber richtig wer zu schön gewesen um wahr zu sein und was wäre ja nicht ja nicht was dich interessieren könnte halt das habe ich mich leichter schraubten hier macht das nicht noch mal oh nein jetzt ist er mich schon wieder abgehauen und ja helfer ich habe dich gehört hast du mich denn auch gesehen ja du machst du machst es einem aber nicht gleich wer ich warum verfolgst du mich die ganze zeit endlich in ruhe ich habe dir nichts getan alter echt jetzt alter echt jetzt alter das kann doch nicht die möglichkeit sein hier kommt kommt du du hast dich hier so gut geschlagen ich lass dich mal hier okay ich lass dich einfach mal hier kannst du es hier schon gemütlich haben ich warne dich lass den da hängen ja vielleicht oh edel macht alle generatoren das gibt es doch nicht ich muss davon ausgehen dass du dort kämpfst also werde ich nicht rechtzeitig zu sein ja ich kämpfe da ich kämpfe da nein kein herschlapp doch herzgeber 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 ja heute ist nicht die gute was warum da habe ich mal eine gute runde da wird rumgemault hat das keine gute runde heute hier da nehmen wir sie die ganze zeit hier den arsch oh da ich dachte schon ich hätte dich aus den augen verloren hallo edel okay mach nur nicht auf dich aufmerksam ist schon okay, was du tust. Was war das? Kannst du das nochmal sagen? Oh nein, jetzt haben wir natürlich keinen Haken. Ah doch, da ist ein Haken. Da ist ein Haken. Bleib schön auf der Schulter, schön auf der Schulter bleiben. Sitz, Sitz, Sitz! Ja! Ja! So geht das! So geht das! BAM! Ich würde sagen, das war's für diese Folge, eindeutig. Moment, Moment, Moment! Erst noch die Punkte, erst noch 25.000 Punkte, erst noch die Punkte, dann ciao, Chibichanga und kein Knopf drücken. Bei mir hast du nur 8.000. Ja, bei mir auch. Dann guck mein Video, dann seht ihr, dass ich 25.824 Punkte habe. Pause! Pause! Also, ich würde sagen, das war's für diese Folge, bis zum nächsten Mal Leute, ciao! Ciao, ciao! Bis dann, liebe Leute! Bis dann, liebe Leute! Und da.